12 hat der erste schon. Könnte ich ja wieder ausrasten, ne? Was geht denn? Bei euch ab. Hallo? Bin ich nicht im Spiel, oder was ist das jetzt so? Ah ja. Ihr wisst, wenn ich verliere, muss ich eine Strafe tätigen. Und diese Strafe ist eben, die Maus ganz langsam stellen, die DPI. Demnächstens Livestream. Also mich praktisch live für euch alle blamieren. Ich muss warten, bis der erste Mensch hier drei Punkte hat da oben auf dieser Skala. Und erst dann darf ich loslegen. Das heißt, ich... Ich knife den jetzt tot. Okay, der erste hat auch schon drei. Krass, wie schnell das ging, Mann. Gut. Ne, hat er nicht? Er wird wieder geneift. Ich muss wieder zurück. Wartet. Wartet. Jetzt hat er drei. Hallo? Wo ist das hier los? Ich bin bei der Polizei. Eins, zwei, drei. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, knapp. Oder wie die Japaner sagen, Kanapé. Komm schon. Oh, bin ich schlecht, Leute? Ich hab's eigentlich gar nicht verdient, überhaupt eine Waffe in der Hand zu halten. Er hat schon fünf. Ich hab eins. Jetzt warte gerade mal. Jetzt kann der Rest jetzt hin. Oh. Schnell weg, Alter. Ich bin halt schon so ein richtiger... Oh. Wieder einer geklaut. Oh, noch einer geholt, Alter. Ich bin auf dem vierten Platz. Das ist aber wirklich unglaublich. Ich bin auf dem zweiten. Ich hab vier Kills schon. Vier. Mit PF. Oh, easy weggehustelt. Ja, was? Oh, nein. Die Waffe bringen. Ja. Noch geholt, Alter. Ey, wie viele jetzt auf Level 5 sind? Wollt ihr mich verjuckeln? Are you curting me? Wollt ihr mich verkurten? Ich glaub, ich werd grad zum Kurde gemacht. Oh, ja. Klaut mir alle Kills. Ihr seid... Krills. Was? Nix. Oh, yeah. Das ist doch mein Kill. Komm her. Ja. Ja. Jetzt in Ruhe mal hier Leute weglanz. So. So, meine Damen und Herren. Wah. Headshot, bitch. Ja, klar, ich hab mir den Kill doch, Mann. You tried to knife me. But not with me. Oh, girls. Just wanna have... Fuck, girls. Just wanna get fucked. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. And the boys too. Na, na, na. Boom, bitch. Gehla. Das ist halt nicht so laut, Mann. Die hören mich dann hier im Bad. Ich hab doch grad nur mein Danny Bump am Start. Alter, shit, ich verliere, ne? Merkt ihr das gerade, wie ich verliere? Ich finde, ich hab ne Verlierung jetzt echt nicht verdient. So ne... So ne Verlosung. Nein. Die Verlierung ist stark in ihm. Boom, bitch. Wow. Er presst mir ihn einfach voll ins Gesicht. Na, na. Girls, just wanna have... Ja, bring mich halt mal um. Na, na, na. Was? Ah, der ist da drüben. Wisst ihr, ich bin eigentlich Pro. Oh, von der Seite pimmelt er mich um. Wo sind sie? Die Schweine bricht der. Hä? Zwölf hat der erste schon. Könnt ich ja wieder ausrasten, ne? Könnt ich ja wieder... Könnt ihr mich ja wieder hängen hier im Ausgrabel? Boah. Oh, yeah. I just came. Yeah. So. Ein Level fehlt mir noch. Kann man da hinten etwa noch Gegner bestehen? Geh mal zur Seite. Lass mal Fatih ran. Oh, scheiße. Er ist ne AWP. Oh, fuck. Ah, jetzt hat er mit... Bums. Oh, oh, oh. Damit geht er aber ganz schnapp. Ah, er ist down. Er ist gedaunt. Ah, er fragt mich halt, wie gut ich bin. Und dann sag ich mir, du bist ziemlich gut. Easy, man. Ah, nein. Dieser verschissene Reweiber. Einer noch. Nein. Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen. Dann wäre er 100 pro Daumen gewesen. Ah. Ja. Eins weiter als die anderen. Tralala. Nein. Von hinten. Scheiße. Ja. Den Kill geklaut. Ganz böse geklaut. Krass. Nein, Leute. Ich brauche nur einen Kill. Hört auf, die Kills zu machen. Okay? Einen Kill brauche ich noch. Ah. Dann habe ich noch einen winzigen zeitlichen Vorsprung. Nein, was? Komm, na also. Es geht doch. Ohne Pisser. Gut, danke schön. 2 AP, Alter. Wäschte mir nach gerade. Ich werde das rüber juckeln. Nein, hängen geblieben. Nein. Ha. Easy, Mann. Ich will gar nicht wissen, wie aggressiv ich gerade wieder geguckt habe, kurz bevor ich ihn geneift habe. Also. Mal wieder. Oh. Fett weggenatzt, die Dödel. Ich würde nur sagen, die Strafe verzögert sich auf jeden Fall um ein paar Tage. Übrigens, die nächste Strafe wird sein, dass ich mit Controller spielen muss. Ich sage es mal so. Gebt mal schön eine Trilliane Daumen nach oben, weil ich habe jetzt auch so eine Kroma-Zweikiste. Wenn da ein Knife drin ist, verstehst du? Dann werden mir die Daumen auch einiges bringen. Was verstehst du? Kannst du nachvollziehen. Also dann, Leute. Ich muss mal eben noch ein Giveaway vorbereiten. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Rrrr. Ciao. Ciao.